Ich habe kein Geld überwiesen. Was sollen die doofen Frauen? Sind sie in Ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt werden mir so eine Frage gestellt. Ich schaue ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Das ist eine Unrecht. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas Dreckiges. Schicken Sie mir einen Chefredakteur. Wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Ich habe meinem Leben noch kein Geldbeschweiß überwiesen. Dreckschwein. Ich habe mir einen Schadal. Ich habe mir einen Schrauch. Wir haben ein Schrauch. Das ist eine Siewstechweiß überwiesen. Ich habe mir etwas anderes geschafft. Ich habe mir einen Schrauch. Ich habe einen Schrauch. Ich habe mir einen Schrauch. Ich habe einen Schrauch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.